Ein paar Grundgedanken wollte ich noch einbringen zu dem Thema, was rechts anbetrifft oder was eigentlich das Wort im ursprünglichen Sinne ausmacht. Rechts steht eigentlich dafür, bestimmte herrschende Verhältnisse, bestimmte Ausbeutungsverhältnisse, bestimmte Herrschaft von bestimmten wenigen, von Oligarchen, von reichen Kapitalen aufrechtzuerhalten und zwar mit allen Mitteln. Je brutaler diese Mittel sind und je mehr Machtkonzentration dabei stattfindet, desto eher, kann man sagen, desto rechter ist diese Politik. Linke Politik ist eigentlich Politik im Sinne der Bevölkerung, also der Bevölkerung Macht zu geben, von unten darauf und im Sinne sozialer Gerechtigkeit und grundsätzlich auch im Sinne von Volksmacht der Bevölkerung das Heft in die Hand zu geben. Das ist eigentlich links. Und jetzt gucken wir uns, was ist linke Politik und was ist rechte Politik. Und da kann man natürlich feststellen, dass unsere regierende Politik sagt, sie wäre links oder gibt sich ein linkes Bildchen, das sie angeblich wäre. Aber sie macht rechte Politik. Drei Jahre Pandemie. Haben sie im Grunde genommen autoritäre Strukturen geschaffen und haben von oben herab sozusagen Maßnahmen beschlossen. Jetzt soll das über die WHO noch zentraler sein. Und entgegen wollen sie weiter. Sie wollen das ja auch gar nicht aufarbeiten und so weiter. In anderen Hinsicht ist es genauso. Eine Innenministerin, die auch in Hessen hier kandidiert hat, bespitzelt einen unliebsaren früheren Mitarbeiter durch den sozusagen inlandsgeheimlichen Verfassungsschutz. Das ist ja jetzt bekannt geworden. Zieht dabei noch sozusagen bekannten Journalisten, Jan Böhmer mal mit rein, der da noch mitspielt. Da kann man ja mal überlegen, was das für eine Clique ist. Also, wenn man dann noch nur ein Gedanke dazu, wo auch das Thema mit Faschistoid, Faschismus und Klammer auf. Benito Mussolini hatte damals gesagt, Faschismus ist Kooperatismus. Das heißt ja im Grunde genommen das Zusammenspiel von Politik, Wirtschaft, Medien, Kirche, allem. Und diese Prozesse haben wir in letzter Zeit leider sehr stark erlebt, dass die immer mehr verzahnt sind. Und da können wir sagen, wo sehen wir da nicht vielleicht auch faschistoide Züge und Tendenzen, autoritärere, immer stärker konzentrierte Macht zu sehen. Und dem treten wir entgegen. So, in dem Sinne sind wir natürlich gegen rechts, weil das eigentlich rechts ist. Und jetzt der zweite Punkt, kurz. Der Unterschied ist, wenn über die AfD gesagt wird, das ist ja eine rechte Partei, dann sollte man aber auch gucken, warum die Menschen sie wählen. Man kann über Funktionäre reden und über Politikprogramme. Aber wenn Menschen sagen, wir sind mit der herrschenden Politik unzufrieden, dann muss man erst mal da anpacken. Und nicht alle Wähler gleich mitzurechten oder Faschisten erklären. Das macht man nicht nur so einfach, dann beschimpft man die Menschen. Das ist grundfalsch. Da möchte ich mal drauf aufmerksam machen. Und insofern sind wir im Grunde genommen auch eine kleine Demo gegen rechts. Nur wir haben ein anderes Grundverständnis dafür, was unter rechts und was unter links verstehen. Weil wir nämlich gegen autoritäre Strukturen sind. Faschismus ist die extremste Form davon. Insofern sind wir auch antifaschistisch. So, und letzte kleine Anmerkung dazu, auch für diese Antifaschisten interessant ist. Vor kurzem ist ja bekannt geworden, dass im kanadischen Parlament ein bekannter Alt-Nazi, also ein Nazi-Kollaborateur aus der Ukraine, aufgetreten ist und gefeiert wurde. Ich würde sagen, einer, der mit tatsächlichen Massenmorden an Juden, Polen und so weiter beteiligt war. Kein Wort hier von Seiten unserer sich links gebenden Regierung dazu. Sie wussten von nichts. Sie wissen auch nichts von tatsächlich rechtsnationalen oder faschistischen Gruppen in der Ukraine, die es tatsächlich gibt. Teilweise lassen sich mit denen sogar gemeinsam ablichten und feiern sich mit denen. Da kann man auch mal fragen, wie bigott ist das? Sie sagen, wir sind die Demokraten und Antifaschisten. Und wenn es die richtigen Faschisten sind, jetzt eben in der Kriegsfrage, arbeiten wir mit denen sogar zusammen. Also das passt ja nun überhaupt nicht zusammen. Danke. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.